Hallo Leute, ich bin AC Player und das ist die 18. Folge von Rayman Legends. Wir sind bei Rayman Origins, zurück zu den Ursprüngen und spielen hier jetzt das erste Level dichtendes Dickicht bzw. die erste Welt. Fulminante Fontäne ist das erste Level. Heißt du. Warte mal. Papi. Aha, okay. Da ist auch einer. Da runter komme ich nicht und da auch nicht, also lasst uns mal hoch schießen und da gehen wir weiter, super gemacht, ist auch nichts, aber da oben ist was. Warte mal, da ist Papi. Warte mal, da ist Papi. Doch, da eine, die erste. Aha. Achso, ich muss erst die erledigen. Und jetzt müsste der eine frei sein, ja. Da haben wir ihn. Ja, bitteschön. Dann können wir weiter gehen. Da ist wieder einer. Mann. Oh, das war jetzt blöd, das war jetzt ein blöder Fehler. Da. So. Na, kommt her, jawoll. Was mir das bringt, das waren diese Looms, glaube ich. hier. Hier ist auch nichts. Wow. Da muss man aufpassen, im richtigen Moment dann weiterlaufen. weiterlaufen. Aha. Da haben wir wieder einen Papi. Papi. Ah. Ist nichts. Hab gedacht, wir bekommen hier auch eine Bonusrunde, aber anscheinend doch nicht. Aber hier muss eine sein, jawoll. Wie soll ich an dem vorbei? Achso, da. Ja. Wow. Cool, jetzt. Ich hab gedacht, dieses Wasser wird mich direkt zu diesem Gegner schicken und dann gibt's keine Möglichkeit. Nein. Weiter geht's. Warte doch. Nein. So, jetzt hab ich ihn. Das war der vorletzte. Oh. 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 Ich glaube da unten kann ich ja gar nicht. Doch konnte ich schon. Oh. Oh. und der letzte jawohl jetzt haben wir alle haben wir super gemeistert ohne großartig zu sterben trophäe erhalten nostalgie und da kommt das weitere level aber erstmal glückslose erhalten wieder ein gemälde und zwar eis angelsausen muskito da ist ein muskito also wir können schießen das ist ein großer muskito sogar erneut um zum einsaugen ach so ich glaube ich kann die gegner einsaugen ja aber wir haben bis jetzt nur noch nur einen kleinen bekommen wo sind die anderen langsam komme ich rein hier und weiter mu 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 mosquito Ach, hier gibt es ja nur drei. Wow, was war Dustin? Der hat mich erledigt. Okay. 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 abgeschlossen das gefällt mir bis jetzt läuft diese folge hier einwandfrei aber ihr seht ja auch schwierigkeitsgrad nur ein schwierigkeitsgrad von glaube ich fünf oder sechs möglichen so bekommen wir 500 lums und weiter geht's haltlose hüllen hier haben wir zehn kleinlinge warte mal hier kann man nichts machen was ist da oben nichts ok da ist schon der erste was ist wenn ich da hochgehen möchte ok da ist nix ok ich habe gedacht da ist vielleicht ein bonus level so wir sammeln natürlich so viel es geht da ist aber nichts und weiter geht's ich hoffe wir haben jetzt keine bundesrunde hier verpasst wo da ist eine bundesrunde wo wir einen zusätzlich bekommen können so und jetzt da haben wir ihn bitteschön oh god da ist ein monster ich weiß nicht wo es weiter geht da oder ich glaube ich habe etwas falsch gemacht ja genau friss mich wahrscheinlich konnte ich von ihm abspringen aber irgendwie doch nicht es kann doch nicht so schwer sein nein vielleicht doch der extra starke sprung nein so einfach war das und ich kämpfe damit ohne witz glaube ja habe ich einen habe ich verpasst und nein ich habe einen kleinen link verpasst naja gut ja da ist eine bonus runde habe ich vermutet er will mich jetzt hier veräppeln so jetzt da haben wir ihn ja und wieder einer so wie viel der jetzt der vorletzte jetzt fällt noch einer aha aha so da haben wir jetzt 9 von 10 im zweiten haben wir irgendwie irgendwo verpasst ich habe keine ahnung wo aber irgendwo um alle zu sammeln müssten wir nochmal in dieses level rein und das level nochmal komplett durchspielen auch wenn wir den einen finden wir können nicht das level einfach so verlassen so schatten spiele nach das machen wir noch muss ich sprinten ich glaube schon da haben wir also hier gibt es nur drei kleinlinge ja 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 okay okay ah vorbei hat nicht geklappt jetzt nochmal vielleicht klappt jetzt jetzt weiß ich warum ich hier rennen muss wo hier geht es ja immer richtig schnell zu und deswegen kann es auch ein durcheinander werden haben wir wieder zu 100 prozent ein level abgeschlossen glückslose einmal rubel mich baby und schon wieder ein gemälde feucht fröhliches feuer gefecht wieso kann ich da nicht spielen wieso dünnen der dinge ridos na gut werden wir hier mal probieren beste filmmusik aber das machen wir dann in der nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal